Ich bin Wasserverkäufer hier in der Hauptstadt von Sichuan. Mein Geschäft ist mühselig. Wenn es wenig Wasser gibt, muss ich weiter nachlaufen. Wenn gibt es viel, bin ich ohne Verdienst. Aber in unserer Provinz herrscht überhaupt große Armut. Das heißt allgemein, dass uns nur noch die Götter helfen können. Drei Tage ist es ja, seit die Götter weggezogen sind. Ich habe mir mit dem Geld einen kleinen Tabakladen gekauft. Wo ist unser Guter Weg? Wo ist unser Guter Weg? Was ist das für eine Stadt? Was seid ihr für Menschen? Wenn in einer Stadt ein Unrecht geschieht, muss ein Aufruhr sein. Und wo kein Aufruhr ist, da ist es besser, dass die Stadt untergeht durch ein Feuer, bevor es nachträgt. Ich will mit dem gehen, den ich liebe. Ich will nicht ausrechnen, was es kostet. Ich will nicht nachdenken, ob es gut ist. Ich will nicht wissen, ob er mich liebt. Ich will mit ihm gehen, den ich liebe. Das ist keine ehrliche Arbeit, ihr! Faule Runde, wofür bezahlen wir euch Lohn? Du bist fixer mit dem Korb. Zum Teufel fixer mit dem Korb. Ich will mit ihm gehen. Geil gå Bis zum nächsten Mal.